Ich bin auf 5.00 Uhr, ich ringte meine Mutter und sagte, ich habe mich in Stianne Michelin. Und ich verletzte mich noch mal, ich habe mich in Stianne Michelin. Und ich dachte, ich finde es ok, aber es war gut. Und ich verletzte mich wieder, auf Telefon geht es wieder und ringe, ringe und ringe. Und ich habe viele, ich habe mich in Stianne Michelin gesagt, ich habe mich in Stianne Michelin. Wir hatten ein paar Informationen, ein Störrelse, ein Prism und was wichtig war. Und plötzlich war wir auf die Liga, wo wir nie glauben, dass wir immer wieder leben wollen.